Moin allergühe, ich begrüße mich heute in Lützebäuer Schauspieler. Willkommen beim Chill-Mamuel, Nasim Rashi. Moin allergühe, ganz froh heute zu sehen an der Zona. Ja, an der Zona. War schön, dir merci, dass du meine Invitationen überholst, für Hainer zu kommen. Du hast mir von einem Kollegen empfohlen, und dann habe ich meine Recherche gemacht, wie ich es fand. Und ja, ich bin froh, dann in Lützebäuer Schauspieler zu sein, aber es war dir nicht zu oft her, am Anfang. Also, dass es nicht als zweiten, als dritten, als vierte, als zehnte, wo er her ist. Ja, ich bin Schauspieler. Und ja, ich bin froh, einen Schauspieler zu sein, hätte ich mal nicht so direkt gedrückt. Willkommen beim Chill-Mamuel, Nasim Rashi. Und merci, dass dann die Invitationen überholst. Merci auch mit dir. Ganz froh, dass ich den nächsten Schauspieler heiße. Also, ich wollte direkt an du mal da aufhören können. Nasim, kannst du dich präsentieren? Weil, wie ich das gesagt habe, ich finde, ich nicht kannte. Und für all die Leute, die dich auch nicht kennen, wie bist du? Ich bin der Nasim, französische Lützebäuer Schauspieler. 29 Jahre alt. Ich bin auf dem Land aufgeworst. Und dann sind mich mit meiner Mutter und zwei Brüder in Frankreich geplant. Ich bin da 12 Jahre geblieben. Und während der ganzen Zeit habe ich gekocht, dass ich Lütze geschwärte, wenn ich die Lützebäuer sprach, bis ich verliere, vergiss. Und da bin ich in der Lütze gemacht. Und ich bin auch als Schauspieler studiert ja zu Parais. Und dann sind ich heute direkt zu Lützebäuer gekommen. Und Lützebäuer kommt, wie bist du, hey, aus. Lütze, Lütze, rammt zurück. Und voilà, seit alle sieben Jahren war ich in der Schweiz am Land. Und ich bin heute als Schauspieler zu sagen. Wie war dann dein Kantei am Fongenau? Weil du sagst, dass du heute abgeworst bist, mit auch in Frankreich, auch größten Däls in Frankreich. Ich bin heute zu Lütze und ich bin heute zu Frankreich. Ah, das habe ich okay. Auf jeden Fall. Okay. Und voilà, das war, weil meine Eltern, sie haben divorciert. Und ich vermisse Frankreich mit meiner Mutter. Und voilà, aber das war auch ein guter Experte in Frankreich. Und ich wollte da noch ein paar Jahre hin. Du wolltest noch ein paar Jahre hin? Und dann, wo hast du das zurückkommen wollt? Ich freue mich, dass ich es in Schaerdorf war. Mein Kousa hat eine neue Wund. Ich hatte eine gute Relation mit ihm. Ich wollte in Luxemburg, wo ich grandi war, weil es gibt gute Infrastrukturen, es gibt eine gute Qualität der Welt. Und in den Momenten, in Frankreich, ich war voll in einer Depression. Okay. Und voilà, aber ich wollte das zurückkommen, in der Zukunft. Und wir auch, wir haben eine Frage von einander. Und wir können das gleiche machen. Und voilà. Ich kreide oft, also ich kreide oft, dass Leute Fortplönerinnen für Lützebüch oder Fortplönerinnen wollen, und sie sagen immer so, ja, Lützebüch, die kritisieren Lützebüch. Und zubere sie fortziehen, oder zubere sie dubere sie studieren, sollen sie immer am Anfang, am Anfang, mir hundert mega gut zu Lützebüch. Hast du das auch der Fallgewicht bei dir? Ja, 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 genau. Wie ist das? Ja, ja, genau. Ich wollte, also ich wieder zurückkommen, für den Film hier, in Luxemburg, weil es ein bisschen zu fliehen ist. Es gab eine gute Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit als Paris. Aber es ist ähnlich, es gab viele Konkurrenz. Es gab viele Schauspieler, nicht genug Arbetscht. Es gibt noch viele Schauspieler, denn jetzt ist es ein Konkurrenz. Ich wollte allgemein nach Luxemburg, weil ich das Land habe. Und ich habe keine Regretung, weil ich jetzt sehr interessanten Projekte, sehr interessanten Räumen, die ich vielleicht noch nie in Paris hatte. Ich habe keine Regretung mit dem Projekt. Und jetzt habe ich ein Konkurrenz, die ich als Akteur für ein Konkurrenz bin. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier in Luxemburg gekommen bin. Ich kann mich nicht mehr auf Bresel und in Paris fahren. Ich kann sagen, dass ich jetzt nicht mehr in Bresel und in Paris fahren kann. Ja, du siehst, Bresel und in Paris, auch nicht weit. Du bist schnell dauernd mit dem Auto oder mit dem Zug. Aber ich möchte noch eine Frage auf den Schauspieler, den Akteur. War das schon immer eine Leidenschaft von dir oder das Lappes, die au fur und à mesure du temps gekommen sind? Ich will dir einen kleinen Sekret. Als ich adolescent war, es gab die Filme Harry Potter. Und ich war amoureux von Emma Watson. Und ich meinte, wie kann ich das machen, um zu treffen, zu treffen Emma Watson? Ich meinte, vielleicht muss ich einen Akteur werden. Und vielleicht ein paar Mal eine Rekontröse auf ein Turnage. Und ich habe gesagt, ich will das. Ich werde das. Au Schauspieler, später, war meine letzte letzte Jahre, im Bac, ich hatte die Option Theater. Für die Punkte in plus. Ich habe meine Punkte in die Krippe. Und ich habe gesagt, okay, warum nicht? Ich habe das. Ich hatte das schon die Idee, dass Emma Watson zu treffen. Ich hatte die Idee, ich hatte also ein Kind. Ich hatte das. Ja, ich habe auch ein Kind. Ich hatte mich sehr schmerz. Sehr, schmerz. Introverti. Ich habe gesagt, okay, ich werde versuchen. Und ich habe die erste Mal in der Publik, ich habe meine Szene, ich habe auch eine Barschung. Ich habe mein Barschung. Ich habe das vollkommen im Welt. Und ich habe gesagt, wauw, das ist das. Und dann, seit diesem Tag, habe ich gesagt, ich mache meinen Back und dann gehe ich nach Paris. Dann gehe ich nach Paris und dann gehe ich nach Paris und dann gehe ich nach Paris und dann gehe ich nach Paris, um zu studieren, um die Basis zu lernen. Und dann gehe ich nach Luxembourg und mache das, was ich in Luxembourg habe. Und dann gehe ich nach Luxembourg und gehe nach Paris und gehe nach Paris und gehe nach in Luxembourg. Das ist witzig, das du erzählst, weil viele Introvertierungen sind, oder so. Es gibt Leute, die nicht in Luxembourg sind, die immer die Leute lieben. Aber wenn man immer singen muss oder ein Spielspieler muss, oder ja, also ein Spielspieler muss, das ist frei. Das ist die Magie des Art. Ja. Das ist die Magie des Art. Ich kann das nicht erklären, aber es gibt Leute, und wenn es zu machen, dann geht es. Das ist das, was die meisten Artikel im Weltkrieg sind. Das sind die Introvertierungen, die schmerzen. Und die hier einen Beruf oder hier eine Passion finden, und die Leute können sich dann ausrecken. Also wie zum Beispiel, wie es das ist, du bist, ich weiß nicht ob es noch passiert, aber du bist mit einem Introvertierter Mensch. Und dadurch, dass die Spielspieler, und dein Leidenschaft, die Leute sehen, das ist aufgericht und bereit zu sein. Ja, das ist nicht besser. Ich bin weniger timide, weniger introvertier, ich bin immer ein bisschen mehr sociable, aber es gibt immer diesen kleinen Teilen. Es gibt immer diesen kleinen Teilen. Und du fängst. Genau. Ja, es gibt das. Aber es gibt auch, wenn du hinter einer Kamera und es gibt 10-20 Personen autour de dir, du musst deine Timidität aufhören. Und das, das hilft sehr. Genau. Ich kann mir bleiben noch ein bisschen bei dir, nicht an den Schauspielern. Ich habe gesehen, dass du verschiedene Sprachen sprachst. Ja. Du sprach Portugiesisch. Okay, ich lasse nicht am Anfang. Du sprach Portugiesisch. Du sprach Portugiesisch. Du sprach Portugiesisch. Du sprach Portugiesisch. nicht 100%. 50% in Portugiesisch. Aber ja, das ist Lützebüsch, Französisch, Englisch, Deutsch. Deutsch ist ein scheiße Deutsch. Ich spreche aber ein bisschen Deutsch und ein bisschen Arabisch auch. Algerien. Algerien-Arabisch. Das ist ja alles. Das ist schon gut genug. Und ich war nicht viel mehr drin als Schauspieler als meistens auf Französisch und Englisch. Du sprach auch auf Lützebüsch. Kleine Rollen. Weil ich nicht 100% Fleißen auf Lützebüsch und nicht so in der Dömer. Aber ja, meistens auf Französisch und Englisch. Kommen wir dann zu den Filmen. Also Filmen, also der Schauspieler. Du drehst auch Filmen, du drehst auch Serien und du drehst auch auch die Publikität. Ich habe auch gesehen, dass du für kurz bei Mercedes eine Rolle hast, wo du da wahrscheinlich Freunde gemacht hast, weil du gesagt hast, du gehst gerne arbeiten. Also du gehst gerne schaffen. Ja, ja, ja. Durch das Auto ist. Was für Profiter Humor als Schauspieler? Große die Mercedes. Was ist denn in den Kommentaren? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das war eine kleine Mischöre. Ja, das war mir auch. Ja, das war mir auch. Das war mir wirklich interessant. Aber ich habe mir das Wörterbein. Ich habe mir das Wörterbein gemacht. Ich habe mir das Wörterbein gemacht. Ja, das war mir auch. Ich hatte einen Tag mit der Zweden, und ich hatte eine ganz flotte. Und ich hatte immer mit einer Mercedes-Benz. Und ich habe immer eine Mercedelle. Ja, das war mir auch. und ich habe eine kleine Geschichte mit dem Anklang, als die angekündigte von der Pub ist, alle vom Und dann hab ich da eine ganze YouTube-Kochne und mit dir das ich habe. Und ich hatte auch viele Leute, die mich beantworteten. Weil ich mich auf die ganze Pub. Ich sehe, ich sehe, dass ich meine Chenke immer. Weil ich eine YouTube-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne schiebe. Weil ich sehe, dass ich meinesten-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne-Kochne. Und ich war ein Jahr, ich war im McDo. Und ich war mir im Zuhörer, dass ich Leute in der Terrasse, die mich verriellten, wie ich so, wie ich so, wie ich ansprach mich. Aber es hat nicht oft gefallen, dass es ungeheiliger ist. Nein, es gibt nicht viele Menschen, die sehen die Filme, die ich schreibe. Aber die Filme, die immer auf YouTube passen, die jeder schaut. Ja, weil wir gezwungen sind. Genau. Es kann nicht so sein, dass es international ist. Du filmst in Frankreich und in der Welt. Aber die Filme, wie zum Beispiel, ich komme schon ein bisschen mehr weit. Du warst ja auch in Jordanien. Genau. Für den Film Rebel. Also da war es vielleicht so, dass du in anderen Ländern das von in der Kopf gesagt hast, dass ihnen wissen, ah, das hin. Oder meinst du auch, dass du nicht so gefallen hast? Karzid. Karzid, Karzid. Mais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Ok. Donc, je n'ai pas l'occasion de croiser des gens qui me disent, ah, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Moi, je reste quand même dans ma bulle. Tu vois, c'est mon côté timide, introverti, encore, toujours, que j'ai encore. Et, ah, on a tourné en Jordanie, mais les Jordaniens, ils ne vont pas me reconnaître, parce qu'ils ne me connaissent pas déjà de base. Mais, on a tourné aussi à Bruxelles. À Bruxelles, en Belgique, je commence un tout petit peu à faire mon nom là-bas, parce que je tourne de plus en plus. J'ai tourné la série Baraki, j'ai tourné Rubber, j'ai tourné aussi un autre film belge. Et il y a encore un autre projet en Belgique qui va arriver bientôt. Mais, oui, international, un petit peu, oui, quand même, parce que voilà, Bruxelles, Paris, on va tourner aussi. J'ai déjà tourné en Espagne, en Almeria, en Jordanie. Mais, oui, il manque encore un petit peu l'Angleterre. J'en vais aller en Angleterre, une fois. Oui, ça va vraiment, alors, tu sais, c'est de l'Angleterre. Mais, les plus gros films, comme un fonds, en parenthèse, de l'Amérique. Est-ce que c'est aussi un drame pour qu'il y ait de l'un? Oui, c'est le rêve de tout. J'ai déjà joué dans un drame, qu'il y ait de l'un. Mais, oui. Au Luxembourg, il y a un truc, en fait. Il y a une aide pour venir tourner au Luxembourg. Il y a beaucoup de coproductions étrangères qui viennent tourner au Luxembourg. Ils leur donnent de l'argent. En échange, vous devez utiliser des acteurs et des techniciens luxembourgeois. C'est ça, le bon plan, Luxembourg. C'est pour ça que c'est toujours bien. C'est pour ça que je suis revenu au Luxembourg aussi. C'est pour profiter du bon plan, là. Parce qu'on a plus de chances d'avoir un rôle dans un bon film qu'un Parisien, par exemple, qui n'a pas assez d'offres, de demandes et tout ça. Il arrive que mon premier rôle dans un film, c'était Toy Gun, en 2016. Toy Gun ? Toy Gun. Ok. C'est l'américain. J'ai tourné avec des acteurs américains, ici au Luxembourg, en américain. Et c'était ma première expérience en tant que... Je ne suis plus là. Moi, j'étais comme ça, tout timide et tout. Wouah, ok. Ok, je fais ça. Ok, pas de problème. Et c'était fou. C'était fou. C'était ma première expérience. Je me suis dit, wouah, ok. Et j'avais un bon rôle. C'était mon premier bon rôle dans un grand film. Et voilà, c'était Toy Gun. Il y avait des acteurs connus comme Julian Sands. Deux noms, vous ne les connaissez peut-être pas, mais vous les avez déjà tous vus à la télé. Anthony Lapaglia, Federico Castellucci, où il a joué dans les Sopranos. Luke Allen Gale. Et voilà, c'était que des acteurs américains. C'était une super expérience. Une première expérience, vraiment. Grâce à ça, j'ai appris beaucoup. Et ça m'a servi pour la suite. Ok. Alors, Philo, Claude, c'est un enfant. Il y a beaucoup d'américaines entreprises. Comment est-ce qu'il y a à Lettseburg ? Non, mais l'américaine, l'américaine, l'américaine en Europe. Ok. Parce qu'ils reçoivent des moyens financiers, en état. Ok. C'est une petite production. C'est une américaine en Europe. C'est une petite production. C'est un film moyen. Et Lettseburg sera peut-être. Et en contrepartie, vous devez simplement utiliser les techniciens ou les joueurs de Lettseburg. C'est comme ça que ça marche. Que ce soit les Allemands, les Anglais. Ils ont besoin d'argent pour un film. Ils viennent au Luxembourg, ils prennent un peu d'argent. Mais vous utilisez des acteurs et des techniciens luxembourgeois. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Comme ça, quand on a l'air de Lettseburg, j'ai vu que les gens ont déjà vu en premier plan, ils peuvent pousser l'Europe. Ils peuvent plus souvent en films à l'école. C'est intéressant. Le décor luxembourgeois ressemble un peu à le décor que tu vois partout en Europe. À Paris, tu peux faire croire dans un film français que tu tournes à Paris, alors que tu tournes au Luxembourg. C'est souvent comme ça dans les films au Luxembourg. Et comme tu disais, en fond, quand il y a un film de Lettseburg, comme tu joues à l'école, comment sont tes marchés ? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de tourner un film, je ne sais pas, au Moudam. Et je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Déjà, il y a des personnes dans la production qui doivent s'occuper de chercher les endroits où c'est beau, c'est bien filmé, c'est intéressant par rapport au scénario. Et avec ça, voilà, ils vont voir la production, ils disent, ok, on a trouvé ça, hop, ils demandent l'autorisation à la commune, et voilà, grâce à l'autorisation, ils peuvent tourner. Comme ça que ça marche. Après, il y a plein de démarches administratives, mais ça, je ne connais pas, c'est la production qui gère ça. Ça dépend de la longueur de la scène, mais normalement une scène ou deux scènes par jour. Tu tournes. Ok. Et ça, c'est déjà plein dans le fond. Oui, ça dépend si l'acteur est bon. Si l'acteur est bon, tu fais ça en 20 minutes, et puis c'est réglé, mais il y a plein de trucs à prendre en compte quand tu tournes une scène, le son, la lumière, tout ça, ça prend énormément de temps pour installer et tout. Et pendant ce temps, les acteurs, ils sont dans la loge, ils attendent, donc tu l'attends beaucoup. Déjà, en tant que figurant, tu l'attends déjà beaucoup, mais en tant qu'acteur, tu l'attends aussi pas mal aussi. Ça ne sais pas. Je peux me sentir, je peux me sentir que ça va durer. C'est que ça va durer, mais ça va durer quand même, ça va durer. En tant qu'acteur, elles sont en train, ils ont de mettre en route, les cartes volant, les cartes volant, ils regardent leur script, parce qu'ils ont des choses. Oui, tu penses un peu sur le script, pendant des seites. Et tu vas aussi te faire maquiller, tu vas aussi tester le costume aussi, tu mets déjà un costume, te préparer. Und dann, wenn du auf dem Platz kommst, alles ist bereits bereit. Und da, du attaques eine erste Szene de répétition. Juste zu testen, und dann, du attaques die vraie Szene. Da, wo es wirklich läuft. Okay. Du warst in der internationalen Szene in Paris. Genau. Hast du das wie eine Uni, oder wie hast du den Räumen hier gesagt? Nein, ich habe gesagt, ich gehe in der Uni. Okay. Es ist eine kleine Schule, eine kleine Schule. Und du hast mehrere Arten, so am Morgen, so am Abend, so am Abend. Ich ging am Abend. Ich arbeitete, ich arbeitete, ich arbeitete, ich arbeitete, und am Abend ging ich an die Schule. Und es waren immer zwei, drei Stunden, mit vielen materieern, improvisation, trainieren vor der Kamera, und alle da. Die Frustellen ist, weil man eben von Hand auf der Kulisse geschaut hat, und es gesagt hat, immer in der Szene, und die sieht dann an der Kulisse, und die schafft er nach dem Skript. Leer, die das durchschauen, will alles umgerieren, weil es wird ja oft gesagt, dass du an der Schule etwas leierst, aber nur, wenn es ein praktischer war, das ist das, wo du am Anfang alles wirst lernen. Du hast theoretisch, mir das praktisch oft mehr, also helft oft mehr, wie das theoretisch. Ja, die Erfahrung. Ja, die Erfahrung helft mehr. Auch beim Schauspieler. Ja, genau. Ja. 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 Was ist das, was ich habe? Du bist nicht so wie das, aber du bist wirklich, wie die Leute dich sehen. Du bist so wie das, wie die Leute dich sehen. Und wenn du nicht übelst, am Anfang ist es schwierig. Aber dann ist es eine Erfahrung, du hast du deine image, und dann ist es gut. Okay, ich will ein bisschen alles relaxen. Wie viele Leute, bis hier in Frankreich künstleren, künstleren, in Frankreich? Frankreich? Ja. In ungefähr zwei. Von Januar bis August. Millionen? Sind ja Millionen. Ich höre mal, ja, 10 Millionen. Okay. 20 Millionen gib ich so. 20 Millionen? Ja. Nach Mai? Viel Mai? Ja, am Anfang schon. Also, ja, am Anfang schon. Okay, 50 Millionen. 90. 98 Millionen. Ah, 98 Millionen. 98 Millionen künstleren, kaufen. Von Januar bis August 2022 verkauf. Okay. Was enormes. Genau. Ich finde das, das ist enorm. Das ist enorm. Ja. Aber du kannst es auch verstehen. Ja. 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 Es ist so ein Arden und ich glaube, 100 Millionen Tickets, das von Januar bis August, das ist enorm. Das ist enorm. Ich denke, es wird sich immer noch verbessern. Ich bin auch ein Teil des Menschen, die ein bisschen zu bleiben, nicht zu gehen. Ich gehe vielleicht auf den Film eine Woche alle zwei oder drei Wochen, zu gehen alle zwei oder drei Wochen, zu beenden, zu beenden. Ich bin ein bisschen zu bleiben, ich bin ein bisschen zu bleiben. Die Konsole, Netflix, so. Also, du spielst auf die Konsole? Ja. Was spielst du dann? Formul 1. Formul 1? Ich bin Formul 1 E-Sport. Was ist Formul 1 E-Sport? Genau. Okay. Das ist ein weiterer Geheimnis, das viele Leute wissen, aber es gibt eine Assoziation, die in Luxemburg ist, die sich heißt LFR. Luxemburg Formula Racing. Okay. Und ich bin Pilot für sie. Wir haben drei Championen, Division 1, 2, 3. Und die beste Führung von Formul 1. Wir haben noch eine gute neue. Du hast noch eine Karriere. Ja, aber das war eine Gaming-Karriere. Das war eine Karriere. Das ist so interessant. Aber ich bin ein, ja, das mache ich jetzt bei 10 Jahren. Okay. Für mich auf Formul 1, auf der Playstation 5. Ich bin noch so gut in Lankrad und so. Kann ich mal feststellen, weil das für mich da... Man hat das. Ja. Ja. Und wo hast du dann... Streamst du das, auf Träger? Also sie streamen das. Sie streamen das. Sie streamen das auf der... Sur leur Seite. Okay. Und ja, das ist ganz neu, aber sie machen das gut. Bis zum Lohr hatte ich noch mal von Französisch vorher geführt. Aber ich wollte unbedingt mal machen, weil ich hier im Land wurde. Und ja, sie machen das gut. Und im Moment sind wir noch die beste in hier im Land. Die beste sogar? Ja, von Formul 1, ja. Aber dann... Top 3 ist in Frankreich und Top 1 gibt es so. Ja, ja, im Land. Und gut, aber weltweit viel gespielt online. Also weil das Spielumfang, was mich interessiert hat, ist schon da ganz ehrlich, ich war nicht auch Frankreich zu spielen. Also schon durch online so gespielt, so Demo-Versionen. Spielen nicht. 10 Minuten. Ich bin 2-3 Mal wieder gelandet. Ich bin 3, bis ich bin 4, bis ich die Phase 1, bis zum Mai zu bitten. ich bin vor der TV. Und jetzt bin ich in der Formel 1. Und ich glaube, ich bin ein richtiger Pilot. Und ich gewinne die Kurse. Und es ist cool. Und dann die Kommentaren, die sind da, die machen eine Interview zu Ende. Wie spielen die Leute dann? Versammeln sie sich und spielen sie dann hier, in einem Studio? Oder? Nein, ich bin von ihnen. Wie funktioniert das auf YouTube? Auf YouTube. Sie streamen einfach der Kurs? Sie streamen nicht der Föhrersalver? Nein, sie können auch der Föhrersalver streamen. Aber normalerweise, sie machen nur die Kurs. Und dann gibt es auch die Kameras mit dem Piloten, die sie auch in der gleichen Zeit machen. Der Spiel ist das. Und da oben, sie beenden die Kurs. Von der Qualifikation bis zum Ende der Kurs. Interessant zu wissen. Ich habe keine Ahnung. Aber dann müssen wir mal. D'ailleurs, wenn ihr wollt, seht ihr Instagram, tapet Luxemburg Formula Racing auf Instagram. Ihr könnt die Klasse, die Kurs und alles. Und mein Pseudo ist Krimo. Krimo. Ich werde alles verlinken. Ja. Die Leute brauchen nicht zu schreiben. Einfach klicken. Und sie sind dann schon beide. Top. Interessant zu wissen aber. Wie ist dein Lieblingsforum? Formel 1? Lieblingsforum? Ja. Momentan ist Leclerc. Charles Leclerc. Okay. Charles Leclerc. Freya war Kimi Räikkönen, aber das ist nicht da. Ja. Und das ist Charles Leclerc. Ich habe schon nicht mega die Formel 1 knowledge. Ja, ja. Es ist nicht die Netflix-Show gesehen. Nein, nein. Das ist schon oft rekommendiert. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Und ich habe so viele neue Fans von Formel 1 dank der Show auf Netflix. Das glaube ich auch, Matt. Also ich hoffe viele Leute hören, dass sie die Show geguckt haben. Ich gucke auf Netflix. Nein. Ich gucke nicht viele Filme. Ich gucke nicht viele Serien. Und das ist das. Ja. Das ist egal. Das ist auch gut. Du fühlst etwas besser. Es ist ähnlich. Aber dank der Show auf Formel 1 wir hatten viele Spieler. Ah, auch? E-Sport. Das ist auch so, dass es jetzt mehr und mehr Ligen, Champions, F1 E-Sport, im ganzen Weltall. Und jetzt in Luxemburg. Das ist wirklich schön. Ich glaube, dass wir in Formel 1 haben viele neue Fans. Die Sport-Salle werden auch in Formel 1 E-Sport. Okay. Gut zu wissen. Insofern wissen wir mal, dass wir heute mit den besten Formel 1 auf dem Land haben. Danke. Achille. Schauspieler Norden Formel 1 E-Sport. Est-ce qu'il y a d'autres talons gâchés? Für eine andere Person? J'ai fait un peu de foot aussi. J'ai joué à la réserve de Dudelange. Okay. 2018-2019. Mais je n'ai pas été quelqu'un qui était très fan du foot. J'ai joué de temps en temps au foot dans des clubs. Il y a eu des périodes où je n'ai pas joué. Quand j'étais petit ici, je jouais à Aspa. Après, j'ai arrêté. Je n'ai pas joué pendant des années. Je suis revenu à Luxembourg. J'ai joué à Dudelange. Et voilà. Mais c'est tout. C'est juste une passion. Ce n'est pas vraiment une passion. C'est plus un hobby que j'aime bien faire parce que j'aime bien jouer un peu au ballon, m'amuser un peu. Mais sinon, oui, il y a le foot. J'aime bien aller au fitness. J'aime bien aller aussi. Maintenant, j'habite à Mondorf. J'ai déménagé là-bas. Il y a la piscine à côté, les termes. Je vais nager. Je vais au sauna. Et voilà. Et maintenant, je arrive ici à faire un interview. Je suis dans un sauna aussi. Je me rends compte. Tu m'as dit tout. C'est très bien. Merci. J'ai essayé d'un sauna. 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 J'aiemtiens d'un sauna. J'ai essayé d'un sauna. En rapport à l'apparence, il faut faire attention. Il ne faut pas se blesser. Si tu te fais une chaleur ici, la dernière est presque finie. A part si tu fais des rôles de méchant. Il faut faire attention. Il faut prendre soin de son visage, de sa peau. C'est quelque chose que je ne fais pas encore trop bien en ce moment. J'ai passé des crèmes pour éviter d'avoir une peau dégueulasse. Les cheveux. Il ne faut pas avoir les cheveux trop courts. C'est assez important en tant que Charles Spillard. Okay. Avoir les cheveux toujours minimum longs. En privaten. Wenn du einst, wenn du ein Film für ein Film und du hast es court, du hast es court. Du hast es court, du hast es langer, du hast es langer, also dass es langer, also dass es langer. Es ist immer besser d'avoir eine Farbe und schon mit langer. So, wenn du ein Turnage kommt, du kannst es immer mit einem Tag, du kannst es mit einem Tag, aber wenn du ein Tag, du hast es langer, du hast es langer, du hast es langer. Und das ist immer wichtig. Beispielsweise eine Pub, Merti des Verbon. Heureusement, ich hatte die Haare, denn es ist schnell gekommen. Es ist in drei Wochen. Also, wenn ich die Haare zu langer, vielleicht hätte es nicht passiert. Aber wie gesagt, es ist ein Film für ein Film, aber ich habe eine Video-Self-Tag mit einem Film-Diag. Ich habe die Haare zu langer. Das ist deshalb, dass sie mir nichts gesagt haben. Aber wenn ich die Haare zu langer, in der Self-Tag, vielleicht habe ich mich nicht bekommen. Okay. Es hat jemand anderes bekommen. Es ist immer besser, dass es die Haare zu langer, nicht zu langer. Okay. Und wie gesagt, wie ist es mit Jessen aus? Mit Jessen? Ja. Jessen ist es normal? Ich bin Jessen normal. Ich habe nur eine Haare zu langer. Ja. Aber sonst, ja. Jessen aus war ziemlich gut. Krista aber, komm mal so mal, du wirst ein Turnier schon, der an zwei Minuten aufhängt. Mhm. Krista dann von den Produzenten gesagt, ja, da ist ein Planning für dich. Du musst so viel Gewicht beiholen, so viel Gewicht. Ja. Die Serie Baraki, die ich in Belgien habe, für den RTBF war. Das war während der Corona. Okay. Das war während der Corona. Und ich sollte mich mit einem Spanchen mit einem treibenden Trainer aus lernen, um die kroosse zu treffen. Ich hatte das aber schon ein bisschen War, aber ich hatte ja die krooks, um ein bisschen Erlekt und für den FIT zu sein. Es hilft da oftmals, um zu haben zu tun, um ein bisschen Sport zu sein. Aber du hast du einen Planingen, oder gewświad торschen, dass ich das machen muss? Ich mache mit einem fleißen-Würfel, als ich einen Knochen habe. Da habe ich einen Coach gemacht, aber der macht Ausplanung, es nicht seine Produzentung. Die Produzentungen hat erlendetig. Okay. Der Trainer macht alles mit mir, aber er muss sich das Programm aufzunehmen. Sie sind der Trainer oder der Trainer? Sie sind der Trainer oder der Trainer? Wenn du einen Trainer möchtest, können wir dich finden. Aber wenn du einen mit ihm möchtest, wenn du einen mit ihm möchtest, dann lassen wir ihn wählen. Ich habe einen Trainer für Baraki, das war ein sehr guter Trainer, den ich selbst habe. Ich habe nicht regrettet, es war super cool. Murad, das ist Murad, der MMA-MMA-Dedicat zu ihm. Hast du von Heu? Ja, wir haben von Heu. Okay, dann verlinken wir den auch. Okay. Dann können Leute sich ummelden, wenn sie die Martial-Art machen wollen. Genau, ja. Es lohnt sich noch ein paar Paraport zu all den Dreharten, die du hast. Wie man schon wieder so tun, zwischen Werbung, Film und Serie. Das sind drei verschiedene Branchen. Wie unterschiedlich sind die Dreharbeisten von bis? Also, bei den Long Films, das dauert mehr lange. Es gibt mehr Präparation, viel mehr Arbeit, viel mehr Promotion. Après, auch zu machen. Okay. Es gibt mehr Investitionen. Es gibt keine Dinge, wenn du einen Long Film machen. Es gibt 100% Focus. Okay. Ja. 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 Es ist immer weniger, weil der Budget nicht der gleiche ist. Das sind kleine Produktionen. Wir sind in den 1.000 Euro. In den 500 Euro, 300 Euro, 500 Euro pro Jahr. Du hast du einen guten Pakkizou in den Domest? Ja, ja. Du hast du nicht alles in den nächsten Jahren. Du hast du nicht gewonnen, und das Geld du hast du in den Tournage, wird auch in diesem Moment, wo du nicht gewonnen hast. Ja, das ist gut, wenn man 1.000 Euro oder 2.000 Euro pro Jahr hört. Aber du hast du nicht alle Tage. In einer Jahrzehnte, wo ich nichts gewonnen habe. Ich habe zu arbeiten, um einen normalen Job zu machen, wie ein Liedger, um zu sein, um zu können meine Liedger und alles. Auch heute, ich mache immer das. Wenn ich nicht gewonnen habe, ich arbeite als Liedger. Aber was musst du das? Weil du es brauchst, oder einfach weil es nicht gewonnen ist, einfach nicht zu machen? Ich gerne einfach nicht zu machen. Ich gehe nicht zu Hause, ich gehe nicht zu Hause, ich mache mich nicht zu Hause. Ich gehe auch nicht zu arbeiten. Ich werde mich etwas anderes machen. Ich gehe ein bisschen. Ich gehe, ich gehe, ich gebeur, ich gehe, ich gehe, ich gehe alle Jungs. Ich werde auch immer wieder zu Hause zu Hause. Ich habe immer wieder eine Stabilität. Und ich weiß, dass viele Menschen die Angst haben, als Schauspieler, als Schauspieler, als Schauspieler, haben sie Angst, sie haben Angst, sie haben Angst, sie haben Angst, weil es nicht stabil ist, als Schauspieler. Und ich habe es geschafft, dass ich den equilibrieren zwischen den beiden, und für den Momenten, es funktioniert gut. Vielleicht wird es ein Jahr, ich werde ich komplett aufhörter, als ich werde, und ich werde es nicht mehr aufhörter, und ich werde es nicht mehr aufhörter. und immer wieder in die Richtung zu kommen. Ich habe mehr und mehr Tournage. Ich werde, ein Jahr oder andere, zu sein Livreur zu sein. Und das ist mir für mich. Ich hoffe, dass das wird. Das wird auch wiederholfen, an andere Menschen zu werden. Es ist immer schwierig. Wenn du bist du bist, wenn du bist du bist, wenn du bist du bist, wenn du bist du bist. Es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig. Wenn du bist du bist, wenn du bist du bist, dass du bist dein Interesse geschädzt werden, also dass du bist, musst du bist durch die Art und Weise. Wenn du bist des Interesse, wirst du bist, sprichst du bist nicht von dir, in deinem Manyak, das heißt, dieses Method ist wichtig. Das ist, was man sein kann. Das ist natürlich auch wichtig geschlossen. Du bist aus dem Wiener, die겁ischen Moment werden. Genau. Es ist alles wichtig, aber es ist alles wichtig. Was wirst du bist, es ist alles wichtig? es ist nicht wie es ein Laufwerk war und wenn du dein Job gut bist dann du hast du immer die gleiche Pausse also du bist wenn du indépendant und du machst dein eigenes Geschäft du musst du rischen und das funktioniert oder das funktioniert nicht aber das funktioniert immer wieder es muss immer perseveren und weiter arbeiten dur es klingt aber einfach zu sagen ich komme gegen den Schauspieler ich wollte nicht mal zu sagen ich bin eigentlich ein Schauspieler ich weiß nicht was manche wie sind die Menschen kannst du vielleicht Leute ein bisschen abklären wenn ein Schauspieler will gehen was sind die Menschen die man muss machen also au début wenn man nicht wenn man nicht hat die Erfahrung vielleicht eine Formation es gibt immer noch in Luxembourg ihr könnt euch déjà vous rapprochen auprès des Castings Lux ils proposent immer noch eine Formation des Castings pour les débutants, les figurants, les silhouettes les petits rôles déjà commencez par ça s'inscrire à Castings Lux vous recevez des mails vous recevez des informations et des formations ça, ça peut vous aider ensuite la chose qu'il faut faire aussi c'est pour avoir peut-être des rôles plus importants filmez-vous devant un mur mettez une caméra mettez un mur derrière vous et jouez à un monologue jouez à une scène ou quelque chose naturel pas de maquillage si vous êtes une femme rien du tout vous et la caméra naturel faites un texte faites des scènes déjà vous allez apprendre à vous voir à vous accepter en tant que charge puis là regardez votre image et en plus vous pouvez vous servir de ça pour envoyer à des Castings que Castings Lux va vous proposer ou d'autres et voilà ça commence par ça ensuite voilà regardez les Castings qui s'annoncent sur Castings Lux déjà au Luxembourg pour commencer et après hop faire à mesure les petits rôles par-ci les petits rôles par-là les contacts ah oui lui il était bon dans ce petit rôle je vais peut-être penser à lui pour un plus grand rôle après tu vois c'est que comme ça moi c'était comme ça j'ai commencé figurant personne ne me connaissait je venais d'arriver de Paris et puis à faire à mesure des contacts par-ci des contacts par-là j'ai pas arrêté des petits courts-métrages d'étudiants qui rapportent pas d'argent mais c'est juste pour avoir une image tu vois des images que tu peux utiliser dans une bande démo dans un showreel et le showreel tu le montes à des réalisateurs à des producteurs eux ils voient le showreel ils disent ah ouais il a joué des trucs il est pas mal on va proposer ça au réalisateur et voilà c'est tu as vu un CV enfin je crois il as vu un CV mais tu vois tu as quand même un CV un CV artistique avec la liste des films que tu fais ta formation ta photo tes langues comme un CV normal sauf que c'est des films c'est pas des firmes voilà mais oui voilà Vicky das Malo du von der Erfahrung tu es also tu as vu un film zum Beispiel Rebel gedreint tu es qu'est-ce que ça c'est une expérience pour toi parce que tu es tu es tu es tu es c'est un belge mais tu es fort tu es en Jordanien tu es qu'est-ce que ça c'est une expérience en tant que pays et en tant que rôle à jouer comme tu es ce que tu as de momentas Rebel c'est un très très gros film très intéressant qu'il faut voir absolument qui va sortir le 5 octobre au Luxembourg qui est déjà sorti en France depuis le 31 août il va y avoir l'avant première du film le 30 septembre donc si vous voulez réserver ou oublier il reste encore des places Rebel c'est un très très beau film raconté par Adil Bilal deux réalisateurs belges qui sont de Molenbeek quartier Belgique de Bruxelles qui est très connu en Malle à cause des djihadistes donc eux ils connaissent très bien le monde du djihadisme c'est des réalisateurs qui ont tourné des films à Hollywood aussi ils ont fait le dernier Bad Boys de Will Smith maintenant ils sont venus en Belgique tourner Rebelle ils voulaient chercher des acteurs en Belgique et ils sont venus au Luxembourg aussi chercher des acteurs ils sont tombés sur moi qu'un producteur m'a proposé sur le profil ils ont vu ma bande démon ils ont dit ok Nassim on va le prendre ils m'ont donné un petit rôle sympa pour le film j'étais content parce que Adil Bilal pour moi je l'ai suivi depuis longtemps et je voulais à tout prix un jour l'objectif c'était de travailler avec eux et l'objectif il a été fait oui après on est parti voilà l'aventure a commencé on a tourné à Bruxelles on a tourné en Jordanie Jordanie c'est un magnifique pays que je conseille à tout le monde d'aller visiter au moins une fois dans sa vie il y a une des sept merveilles du monde là-bas Petra magnifique donc voilà on tournait certains jours et d'autres jours on allait visiter le pays avec les acteurs tous ensemble c'était une expérience magnifique et les jours où on travaillait où on tournait c'était dans une bonne ambiance c'était cool les acteurs ils sont jeunes donc ils sont cool et tout et c'était super et personne n'avait la grosse tête ils étaient tous concentrés tout le monde dans le même niveau tu vois et ça a permis de faire un beau film magnifique avec des acteurs talentueux tout le monde s'est donné à fond et voilà c'était une super expérience et aujourd'hui le film il sort et on a que des bons retours des bonnes critiques il est sorti seulement en Europe mais il va bientôt sortir dans le monde entier et en Amérique bientôt donc voilà on a hâte que que tout le monde le voit franchement c'est un film très différent je n'avais jamais vu un film comme ça dans ma vie je suis très fier d'avoir joué dans un film comme ça c'est un film le genre de film quand tu sors de la salle tu l'as là tu vois dans le ventre tu penses encore au film pendant longtemps c'est presque comme ça tu vois moi je l'ai vu deux fois une fois à Cannes quand on a été avec l'équipe voir le film présenter le film à Cannes et je l'ai vu là avec ma mère et mon frère qui voulaient à tout prix le voir en France à Thionville et à chaque fois j'ai pleuré tu vois alors que je connais le film j'ai joué dedans je connais le film je connais l'histoire je sais comment ça termine mais c'est juste l'émotion elle est trop forte et c'est hyper original la façon dont il raconte l'histoire de ce Kamal qui est parti en Syrie pour défendre les gens à la base mais il se fait rattraper par les méchants moi même moi je fais partie des méchants je le prends et je le ramène avec l'état islamique et c'est comme ça que l'histoire démarre dans le film mais l'histoire elle est racontée d'une façon originale dans le sens où il y a des scènes d'action, de guerre la caméra le suit vraiment plan séquence pas de coupure comme si on était dedans et il y a des scènes à côté où c'est du rap de la danse du chant tu vois comme une comédie musicale ce mélange là ça fait que toutes les scènes dure qui a dans le film choquant et tout elle paraisse plus poétique plus tu les enquêtes plus facilement grâce à ça tout ce mélange là c'est pour moi c'est le meilleur mélange j'ai jamais vu ça quelqu'un qui arrive à faire un film comme ça de toute façon donc eux ils ont fait Adil Bilal incroyable franchement je conseille à tous d'aller voir ce film et toi en premier c'est un film qui a fait un film c'est un film qui a fait un film Ich habe gerade eine der normalen Vögel gesehen, wie es der Trailer Gönnett Cookt ist. Ja, das ist gut. Ich habe die ersten 10 Sekunden gesehen. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Film gesehen, aber ich habe den Film gesehen. Ja, ich habe den Film gesehen. Ich habe den Film gesehen, aber ich habe den Film gesehen. Ich habe den Film gesehen, aber ich habe den Film gesehen. muss wo der realität aber entspricht weil also wie ich verstehen aus dem fang ab es wird oft geschieht wohl wo zum beispiel leute an einer wakanzkunde journalisten an einem land gehen für reportage und sie gekidnappt von djihadisten zum beispiel das hat es weiter realität entspricht das kann ihn du auch am handel am handel am handelgrund gesehen wird aus zumal das ist das man bilder fahler und adele arby die leute wo auch schon wo dat auch kennen am fond wo dat gezin am fond die erklären oder die weiß nicht als ein richtiger perspektiv und nicht als eine perspektive wie euch denn da wann es leut zum beispiel den film gegen drehen das für ein perspektiv die einfach falsch wir ja weil parce que les médias ihr racont ce qu'ils wollen déjà d'une et puis nous quand on a fait le film on devait tous regarder des documentaires pour se préparer dans les rôles on devait tous regarder des documentaires faire des recherches eux ils avaient beaucoup de gens d'amis à eux des voisins qu'ils connaissaient qui sont partis là bas donc ils avaient beaucoup d'informations grâce à ça et il voulait à tout prix faire un film c'est même l'acteur principal abou baka qui joue kamel dans le film il avait un homme un pote à lui une connaissance qui allait là bas donc et en le choix évident pour pour adele belal de mettre lui dans le film pour faire le rôle dorsche an chan chan lorraine lach frau par rapport zum film salvo bill alfala an adele l'arbi bisse so c'est producant in from nice bad boys wat war wa tfing a war dat für den vio ist das toch ich put zumotfusse fütte ich kere gsinn mais weil du vols schon wenn dat vier am fonds c'était impressionnant c'était impressionnant de les voir en vrai mais comme j'ai dit ils sont cool ils sont accessibles et tout donc tu as pas l'impression de voir des stars des qui que tu que tu rêves de rencontrer tu as l'impression de voir tes potes en fait donc tu mets ça de côté et tu vis l'expérience à fond avec eux comme si c'était des potes et puis et puis voilà mais je suis très fier d'avoir travaillé avec eux et j'espère que ce sera pas la dernière fois donc ils sont toujours là à côté à bruxelles comme je travaille beaucoup avec la belgique c'est peut-être pas la dernière fois c'est la première mais peut-être pas la l'impression de faire une bonne impression de vous je suis très bien mais je suis venu et voilà de restes c'est à eux de décider mais oui peut-être les prochaines productions ils penseraient à moi à la somme pour ce rôle là il peut être bien il a fait un bon travail pour rebelles et voilà rebelles c'était quand même un petit rôle donc c'est un petit rôle avec du texte qu'on voit plusieurs fois dans le film c'est pas un grand rôle non plus tu vois peut-être qu'un jour ils m'offriront un rôle un peu plus intéressant on sait pas mais moi je vais pas m'arrêter là dessus je travaille sur d'autres projets à côté s'ils m'appellent c'est bien s'ils m'appellent pas tant pis c'est pas grave le futur est rempli de plein de de surprises et et d'autres nouvelles aventures donc pas de regret tout ça on a dit capitani c'est compliqué c'est différent capitani j'ai tourné dans la saison 1 il ya quatre ans comme ça mais la scène elle n'a pas été gardée dans le film dans le montage de la saison 1 l'ont gardé pour le montage de la saison 2 ok donc en plus il m'avait appelé pour la saison 2 pour jouer un rôle un autre rôle sauf qu'ils sont dit à une semaine du début de tournage de la saison 2 on va garder la scène que tu as fait dans la saison 1 dans la saison 2 donc ton rôle on va l'enlever ok j'allais avoir un bon rôle et me l'enlever parce qu'ils ont décidé à la dernière minute de prendre le rôle que j'ai tourné la saison 1 et le mettre dans la saison 2 à la base c'était pas prévu tu vois donc voilà c'est ça c'est la petite expérience capitani c'était un petit rôle tout petite apparition de rien du tout qu'ils ont décidé de garder donc du coup on voit presque pas capitani capitani j'ai regardé par exemple moi non plus ok j'ai regardé par exemple j'ai regardé par exemple j'ai regardé par exemple une rôle en soeur 1 en ce que je suis là on a fait un petit un petit policier italien d'origine italienne justino et voilà mais capitani voilà malgré tout voilà j'ai dit capitani mon eu un peu avec ce rôle mais ça reste quand même une bonne série luxembourgeois ce qui a cartonné sur netflix donc gros respect à eux n'a pas de méchanceté s'ils me proposent un rôle pour la saison 3 voilà je suis preneur y'a pas de soucis on est prenant yes samsa film samsa film est producteur mais samsa film je travaille souvent avec eux et il y a d'autres projets qui à part va arriver aussi pas seulement capitani donc voilà ok mais on quand il dit en l'on von diesem Episode. Ich möchte noch eine andere Frage, Frau Undier. Welches Potenzial hast du von Lützeburg? Lützeburg ist ein schönes Land. Es ist ein langweiliges Land. Wir haben alles immer gesehen. Aber Leute, die von draußen kommen, kommen immer ein mega schönes Land. Es geht zu den reichsten Ländern auf der Welt an. Wir sprechen heute so viele Sprachen. Wir haben so viele Nationalität. Diversität. Welches Potenzial ist der von Lützeburg in der Filmwelt? In der Filmwelt? Das ist ein kleines Land. Aber wir haben viel Potenzial. A cause der Diversität, wir können schon viel zu tun haben. Das hat nicht noch der Fall. In der Kapitanie, es hat noch nicht so viele Diversität in Kapitanie. Es hat noch nicht so viele Portugais in den Räumen, in den Räumen, in den Räumen, in den Kapverdien. In der Luxemburg, es muss man noch mehr auf das, auf die Diversität. Und vielleicht es noch mehr wie die Belgien. Die Belgien oder die France. Es hat noch mehr mehr Räumen, die Arabisch, die Blacks und die Blacks. oder Chinois oder je ne sais quoi. In Luxembourg, sie sind noch an der Ancien. Sie müssen noch arbeiten. Aber Luxembourg hat viel talent. Und es ist dommage, dass sie nicht denken wie die Français und die Belgen. Weil der Talent ist nicht nur die Luxembourgen, sondern auch die Flüchtlinge. Es muss auch arbeiten. Und es muss auch sagen, dass alle Menschen in Luxembourg, dass sie nicht mehr wissen, es muss sich sagen. Es gibt viele Menschen in Luxembourg nicht. Das ist das Problem mit Luxembourg. Es ist klein. Es gibt nicht genug Strukturen, die dir helfen als Artist. Das ist das die Leute nicht. Sie haben Angst, wie ich gesagt habe, als ich gesagt habe, als Indépendant ist. Es muss nur noch mehr Strukturen, Menschen, wie du, mit deinem Podcast. Du bist super, was du machst. Und es muss mehr Menschen, wie du, die versuchen zu machen. Es gibt viel Potenzial in Luxembourg, aber es muss mehr courage. Okay. Also das ist eine Ideologie, die ich auch partageere. Dass man heute so gesehen hat, ich habe Leute, übrigens muss ich auch am Anfang aufgemacht, weil ich will am Anfang die Leute weisen, dass wir nicht immer müssen, am Ausland sicher gehen. Wir haben heute genauso viel Talent wie am Ausland. Es wird nicht explodiert, weil wir uns auch nicht trauen. Aber auch, weil die Mentalität von heute ähnlich ist das wie in Frankreich, zum Beispiel oder in Amerika. Ich habe schon immer das Beispiel von Amerika. Aber du hast mir selber schon gesagt, dass gerade in Frankreich auch noch so ist. Bei mir ist es immer so, dass ich auch nicht mehr. In Luxembourg, du startest, oft gibt es Therabäsi. Oder die Leute sagen, ah nee, wie du weißt, pass ab, heu und du. In Amerika, du startest etwas, die Leute unterstützen dich. In Luxembourg, wenn sie etwas gepackt ist, also wenn sie eine Idee haben, also die Hickroute ist, die Schule muss zu versägen, die Leute werden dich erniedrigen. In Amerika, du packst es, die Leute werden fragen, wie ist die Hickroute? Wie ist das gemacht? Kannst du mich informieren? Und das ist das, was ich so schön fand. Weil wir haben so viel Potenzial, wir haben so viele Nationen. Wir können so viel machen, aber wir haben uns selber zurück. Und das ist das, was ich so schön fand. Ja. Ganz ruhig, ich te schaffe. Moi auch, ich partage cet avis. Es braucht etwas, in Luxembourg. Es braucht eine Hilfe. Es braucht eine Struktur und das ist das, was ich fühle. Ich denke, dass wir noch nicht in den Organigramm wollen, so leicht, wo es so leicht, wer weiß, wo sie können. Ja, das ist das, genau. Und das ist das, das ist das, dass dein Arbeit ein bisschen hilft, das ist. Und das ist auch eine gute Sache. Ich hoffe, dass alle Podcasts sehen, die Leute werden sagen, okay, und wir werden ein bisschen mehr in der Artikel. Und das ist das. Und das ist das. Und das ist das. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte noch eine weitere Frage zu Lützeburg. Wenn du im Ausland bist, auch wenn nicht Bresen oder Paris, wie reagieren die Leute, wenn sie sehen, ich komme aus Lützeburg aus Lützeburg? Ja. Ich bin froh. Es gibt viele Artikel im Luxembourg. Wirklich? Ja. Aber sie denken, Luxembourg, es sind nur die Banken, die arbeiten in den Banken. Sie wissen nicht. Sie wissen nicht die Diversität. Sie wissen nicht die Chancen, die Artikel im Luxembourg. Ich bin froh. ich will auch nicht falsch sagen, dass ein Kollege von mir, Martin Magelow hat geschafft, und vielleicht schon, ich will nicht falsch sagen. Mir wird mal jedes Mal gezählt, dass Produzenten gehen können, z.B. Produzenten, wo jedes Mal in Hollywood mal dabei sind und auf verschiedene Filme drinnen. Weil schon etwas ganz Großes ist. Es sind keine Schauspieler, und mir sind Produzenten. Ich will nur, wie gesagt, nicht falsch sagen. Aber das ist das Bild, wo ich nur am Kopf gehalten habe. Ich kann nur nicht hinrufen. Ich will nur noch ein bisschen von einem Börs. Ich weiß nicht, dass es ein Schauspieler ist. in einem Pub, oder einen Schauspieler in einem Kurz-Mätrag. Aber es ist doch schön, in Amerika zu machen, weil man das alles und man kann auch etwas mehr machen. Aber es ist nicht so gut, weil es sich so gut wenn sie in den Film die Leute denken zuerst an Schauspielerin. Sie können nicht denken, dass die Fähigkeiten, die Fähigkeiten, die Fähigkeiten, die Fähigkeiten Aber in dem Zukunft, wir hoffen, dass es mehr und mehr Luxembourgen werden, um sich zu erkennen, in der ganzen Welt. Das beginnt. Was können Sie Adolf El Assal sein? Adolf El Assal ist ein Fähigkeiten, der Fähigkeiten, der in Luxembourg ist, die in Luxembourg und er hat den ersten Film von Luxembourgen auf Netflix zu sehen. Und ich habe mit ihm gearbeitet, ich habe mit ihm gearbeitet, ich habe mit ihm gearbeitet. Wir haben einen kurzen Film, da, das hier, wird, dass er bald wird. Und er hat gesehen, Rebelle, die ich adoriert habe, er hat mich für meinen Fähigkeiten gemacht. Und er hat auch gesagt, dass er noch nie gesehen hat, wie so. Und er hat vielleicht auch gesagt, dass er ein Fähigkeiten mit Adil Bilal ist, dass er vielleicht und er wird vielleicht ein Film zu produzieren. Vielleicht gibt es noch ein Projekte mit Adil Bilal, auf Luxemburg. Das ist doch eine Chance. Genau, genau, genau. Ich möchte nicht viel sprechen von Projekten, die nicht 100% zu sprechen, weil es nicht so gut ist. Ich habe zwei Projekte, ein Projekte in Luxemburg, ein Projekte in Belgien und Allemagne mit einem deutschen Realisateur. Es ist auch noch in Négociation. Und Adolphe Lassalle, super, super, super. Es ist ein Realisateur sehr talentueux, der macht die gute Dinge für Luxemburg. Grâce zu ihm, wie ich gesagt habe, haben wir den ersten Film luxemburgisch auf Netflix. Er vorbereitet auch die nächsten Projekte, die auch werden. Er wird mit Luxemburg auf der Karte. In der Karte mondiale. Big up, Adi. Big up, Adi. Ich kann mich auch sagen, weil es eine sehr prominente Familie ist. Es ist eine sehr prominente Familie. Ja. Ich habe viele Videos. Und so, es ist sein Business. Plasen, gärer ein bisschen die Karriere. Er hat einen Artikel über den Essentiel, es nicht lange. Es ist gut für ihn. Er ist gut für ihn. Er ist in Dubai. Er macht sein Business da, mit meinem anderen früllen, mit ihm. Er hat er mit ihm. Ich habe auch meine Frau, Christine Säuzeriress, die hat einen und sie hat viele followers zu folgen, ihr könnt sie auf Instagram zu folgen. Sie macht die Personalisation auf die Veste, die Veste, die Schäufe, die Schäufe, die Schäufe, die Schäufe, die Schäufe. Ich habe auch auch die Schäufe, die in der maison, mit Dragon Ball Z, Vegetal. Ich weiß nicht, dass die Leute die Schäufe sind, die sagen, dass sie sich nicht mehr als Schäufe sind. Danke, Crazy Artist. Get the link to noch. Yes, klicke so Crazy Artist. Das ist die Wurst, ja. Voilà. Aber ich ging dann so hin, Milo, viel von dir geschaut. Ich habe noch einen Freund gehört, wo ich keinen Stellen mehr mit der Zeit durchgegangen werde. Deswegen ging man dann direkt anfangen bei der Routine beim Filmarmil. Das nehme ich so, dass ich stelle immer froh zum Schluss, wenn du mal ja, nee, oder einfach mal deine kurze Antwort kannst beantworten. Also du musst nicht formulieren, einfach kurz und zum Schluss so in der Stelle schon würde ich immer gerne einen wichtigen Message von dir haben und den Leuten, die zum Beispiel Leute inspirieren, entweder Schauspieler wollen zu gehen oder einfach ihren Drehmann und runterzulaufen. Whatever. Das ist die Hände los. Okay. Also, die echt froh hast mal, wen hast der Schauspieler, der von dir Bon, okay. Also, die echt froh hast, wen hast der Schauspieler, von dem du dich inspirieren gelost hast? DiCaprio. DiCaprio? Ja. Okay. Deine größte Erfahrung an der Filmwelt? Rebel. Rebel. Und war das der Film, von dem du gedreht mit Huss oder Hass können Matt gespielt zu hören? Gut, froh. Harry Potter? Ja, Harry Potter. Emma Watson. Genau. Da noch nicht viel durchgeantwortet. Ja, Harry Potter. Okay, dann kommen wir mal los. Zudem, das ist für mich ein wichtiger Teil, eben dein Message. Und ja, dann interessiert sich unter Leuten, die nur leuchten oder gucken, dass die war los. Wie ich habe gesagt, ich habe viele Menschen, die mir geschrieben, die mir wie ich mache, wie ich bin, hier in Luxembourg. So, geht's, lancez-vous. Wie ich habe gesagt, keine Angst, zu filmen vor einem vor einem blan, au naturel. Regardez-vous, à quoi vous ressemblez, acceptez votre image. Cherchez des castings, vous avez Casting Luxe que vous pouvez suivre, vous pouvez vous abonner par mail, sur les réseaux aussi, Instagram, Facebook. Regardez les annonces que vous recevrez par mail grâce à ça. Et envoyez vos candidatures, envoyez vos photos, vos vidéos, et ça va venir, voilà. Allez-y, foncez, si vous avez un rêve, faut toujours y aller, jamais, jamais dire jamais, faut pas laisser les gens, vous rabaisser, allez-y jusqu'au bout, même si ça marche pas au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, on sait jamais, ça peut arriver n'importe quel moment, n'importe quel moment, même à 40 ans, 50 ans, Bruce Willis, il a commencé sa carrière à 30 ans, il y avait des gens qui commencent leur carrière à 40 ans, Brian Cranston, celui qui a joué Breaking Bad, dans Breaking Bad, Heisenberg, il a percé à 40 ans, il a fait mal comme, mais à 40 ans sa carrière a explosé, et voilà, il y a plein de gens, ça dépend du rythme de chacun, de la chance de chacun, mais voilà, allez-y, foncez en direction de votre rêve et ne lâchez pas, si vous voulez vraiment réaliser votre rêve, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème, il faut juste être motivé, ne pas avoir peur de l'échec, l'échec ça sert à apprendre et vous rapprocher encore plus de votre but. ok, projet Christ, c'est aussi un projet Christ, c'est une importante rôle, et voilà. Merci, merci beaucoup. Madame Sönne, je suis encore à l'écoute, merci, que ça ne vous plaît, c'est tout, et jusqu'au prochain épisode. Ciao. Ciao, Zinho.